So, da ist die chaotische, verrückte Eva. Und wie sie kaputt ist, oder wie sehr sie kaputt ist, das zeige ich. Ich meine, eigentlich brauche ich es ja nicht sagen, weil wir wissen ja alle, dass ich eine kleine Meise habe. Apropos Meise, Kinderlieder, Jugend, Kindheit, ne, nicht Jugend, Kindheit, wirklich tiefste, tiefste Kindheit. Ja, ich bin ja viel bei YouTube und schaue mir mal so ein bisschen was an. Und dann finde ich mal, wenn ich mir so bestimmte Lieder anhöre, dann ist er immer rechts auf der Seite oder eine Liste, wo dann könnte dich auch interessieren oder wie auch immer, ja. Und da klickt der Eva dann ab und zu mal drauf. Und siehe da, Klein Elfchen, hat ein paar Lieder gefunden. Nicht alle spiele ich jetzt vor, aber wir fangen, wie gesagt, mit der kleinen Meise, fangen wir an. Das habe ich damals immer gern gesungen. Ja, und dann kommt noch zwei andere Lieder. Aber ich glaube, die kleine Meise müsstest du ja eigentlich auch kennen. Weil, also jedenfalls der, der im Einmeiter ist. Und ich, ja, ich wisse es nicht, ob das heute auch noch gesungen wird. Müsste ich mal meine Tochter fragen oder meinen Sohn, ob die das singen. Aber, ne. Ich, wie gesagt, es hat mich an meine Kindheit erinnert. Ja, und natürlich mache ich da sowas, ja. Und, ähm. Ja, und ich habe auch sowas, wie ich fühle. Ähm. Umso näher der Tag heranrückt, ja. Der Montag. Ähm. Umso bescheurer wäre ich eigentlich überhaupt, ja. Da bin ich mit der besten Partie unterwegs, mit der man überhaupt unterwegs sein könnte, ja. Also, wenn wir dann mal wieder nicht auffallen, ja. Ja, also, denn... Ich falle ja so oder so auf, ja. 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 Oh, wird das... Das wird schön. So, jetzt muss ich erstmal... Ähm. Ja, so ein bisschen mit den Lieder, ja. Aber, wie gesagt, es ist eben halt schon, schon Ewigkeiten her, ja. Ja. Aber, äh, so ein bisschen Text, äh, kann man natürlich auch, ja. So, jetzt mal erstmal hier ein bisschen... Ach nee, dunkler wird dich mal. So. Und dann... Das zeige ich euch. So. Haben wir es zu laut oder zu leise? Ne, ist das genau richtig. So. Ja. Ich hab ne Meise. Ne kleine Meise. Das ist mein Lieblingslieb. Kleine Meise, kleine Meise. Sag, wo kommst du denn her? Such dir Futter, such dir Futter, aber alles mal leer. Kleine Meise, kleine Meise, und was willst du bei mir? Ein Packernchen, ein Packernchen, und ich dank dir dafür Kleine Meise, kleine Meise, bitte sing mir ein Lied Erst im Frühling, erst im Frühling, wenn es mir der Schimpel ist Kleine Meise, kleine Meise, woher fließt du, muss man? In mein Nestchen, in mein Nestchen, bin schön warm, ist es dort Kleine Meise, ich sag ja, die hat eine Meise, die hat voll die Meise Ich wäre nicht Eva, wenn ich das nicht toppen könnte Und ich wäre auch nicht Eva, wenn ich das auch noch toppen könnte Eva ist ein Aussi, man merkt es In der DDR ist so groß, warum? Oh, wie viele Dislikes werden diesmal kommen? Also ich erwarte ja mindestens eins, eins kommt ja immer Von all unseren Kameraden War keiner so lieb und so gut Als unser kleiner Tonbeter Ein lustig rotgarnisten Blut Als unser kleiner Tonbeter Ein lustig rotgarnisten Blut Wir saßen so fröhlich beisammen Wir saßen so fröhlich beisammen In einer so stürmischen Nacht Mit seinen Freiheitslieder Hat er uns so fröhlich gemacht Mit seinen Freiheitslieder Hat er uns so fröhlich gemacht Da kam eine feindliche Kugel Bei einem so fröhlichen Spiel Mit einem seligen Lächeln Unser kleiner Tonbeter erfiel Mit einem seligen Lächeln Unser kleiner Tonbeter erfiel Da nahmen wir Hacker und Spaten Und droben in ein Grab Und die, die ihn am liebsten hatten Die singten ihn still wie in Malach Und die, die ihn am liebsten hatten Die singten ihn still wie in Malach Schlaf wohl, du kleiner Tonbeter Wir waren dir alle so gut Schlaf wohl, du kleiner Tonbeter Du lustig rotgarnisten Blut Schlaf wohl, du kleiner Tonbeter Du lustig rotgarnisten Blut Big Johnny So, passt auf Und ich habe ja gesagt Ich wäre auch nicht Eva Wenn ich das nicht auch noch toppen könnte Und ich kann das toppen Ja, kann man doch alle Ey, das musste ich Ich weiß auch nicht Ich habe glaube ich Ob ich dann Zwei oder eine Dreieck kriege Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern Wo wir das hier Sungen oder gelernt haben Das habe ich noch Da hat ja meine Musiklehrerin nochmal gesagt Weil ich dann nochmal gesungen habe Also bei Schlaf wohl, du kleiner Trompeter Naja, ich dann auch immer Ja, und sie Nein, leise, schlaf Ja, und dann Ach, die hat so Die Also meine Ene Was auch meine Klassenlehrerin war So ab der fünften Glaub ich Ja Das war eine geile Musiklehrerin Aber dann so In der zehnten Klasse Hatten wir ja eine andere Oha Ja, aber da haben wir ja Das nicht mal gesungen Aber wie gesagt Davor Stimmt ja gar nicht Die hatten wir ja In der fünften Klasse Genau, da haben wir sie Als Klassenlehrerin gekriegt Und dann ist die aber auch Irgendwann unsere Musiklehrerin Und vorher hatten wir Die Mickey Maus Jeder, der mich kennt Weiß, wen ich mit Mickey Maus meine Ja Ja Mickey Maus Genau Mickey Maus Irgendwann So Aber wie gesagt Auch den kleinen Trompeter Kann Evchen Noch toppen Und dann geht er los Musik So Jungen Erwacht Erwebe Dich Jetzt Die Grausame Nacht An Ein End Und die Sonne Schickt Wieder Die Strahlen Herbieder Vom Blauen Himmels Gezelt Die Lärchen Sind Frohe Lieder Ins Fall Das Fechlein Erwundert Uns All Und der Bauer Bestellt Wieder Acker Und der Bauer Bleibt Es All Überall Bau Auf Bau Auf Bau Auf Bau Auf Freireitsche Jugend Bau Auf Für eine bessere Zukunft Richte mir die Einheit Auf Bau Auf Bau Auf Bau Auf Bau Auf Freireitsche Jugend Bau Auf Für Eine bessere Zukunft Richte mir die Heimat Auf All Überall Der Hammer Ertönt Die Werken Gehand Zu Und Spricht Deutsche Jugend Pack An Richte Selber Die Bahn Voll Frieden Freiheit Und Recht Kein Zwang Und Kein Drill Der Eigene Will Bestimme Dein Leben Fortan Blicke Frei In das Licht Das Du Niemals Gebrichst Und Die Jugend Steh Deinem Mann Bau Auf Bau 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 Freireitsche Jugend Bau Auf Für Eine bessere Zukunft Richte mir Die Heimat Auf Bau 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 Freireitsche Jugend Bau Auf Für Eine Bessere Zukunft Richte Die Heimat Auf So Und nun sagt mir mal, ja, dass ihr die Lieder nicht kennt. Aber ein schönes Lied möchte ich zum Abschluss noch machen. Nein, nix von San Luis Avenue. Das höre ich am Montag, ganzen Abend. Nein, ich möchte... Wie heißt denn das? Wie heißt das? Ah, meinst du schon? Hau, meine ich, das ist er schon... Bitte, 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 bitte... Bitte, 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 bitte... Bitte, bitte, bitte... Bitte, bitte, bitte... Könnt ihr bestimmt auch? Nee, auf jeden Fall die FCM... Oh mein... Ist aber laut. Da freu ich mich auch schon auf. Unser Sturz und Stadion für unsere Fans aufgeht. Entschlagen alle die Herzen, die auf unserer Seite stehen. Sie geben uns die Haut und in den Kampf zu gehen. Hey, ja, hey, ja, wir sind vom FC. Und wir singen, hey, ja, blau-weiß-Fersteher. Unter die Radfahrer, durch euch es macht uns Mut, den Fokal zu reiten. Das fängt in uns die Glut. Wir gehen um, siegen uns in Deutschland voraus. Wir werden Grenzen Deutschlands. Und in Stadion fall es aus. Hey, ja, hey, ja, wir sind vom FC. Und wir singen, hey, ja, blau-weiß-Fersteher. Hey, ja, hey, ja, wir sind vom FC. Und wir singen, hey, ja, blau-weiß-Fersteher. Ja. Das ist mal Abschluss. Ja, und da freue ich mich ja auch schon drauf. Aber wie gesagt, erst im Frühling, wenn das Schneeglöckchen blüht. Ja. 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 Also, dass ich eine volle Mesa habe, habe ich glaube ich gerade bewiesen. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das macht Spaß, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Ja. Weil... Wie... Wie... Mensch... Ach, ja. Das ist das Sprichwort. Ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. So. Das ist ein so geiler Spruch. Das ist ein so geiler Sprichwort. Ja. Ich lache über das. Ich lache über das. Das ist das. Ach ne, ich mach sie jetzt an. Ja, da wird ja das Konzert mit Hokelai denn... Ah, ich glaub nicht nur das Konzert. Ne, nicht nur das Konzert. Ne, doch nur das Konzert bei YouTube, hier. Und so die kleinen Stories bei Instagram, bei Facebook werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mal so posten. Ja, so die kleinen Sachen so. Zum Beispiel, wenn wir den ankommen, vorher, nachher und vielleicht da runter. Ja, morgen kommt ja die Verrückte. Dann treffen wir uns alle am Bahnhof, weil wir fahren ja nicht mit dem Auto. Weil wir sind ja... Also mit dem Auto... Da ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass wir uns hätten verlieren können. Ja, weil der eine fährt langsamer, der andere fährt schneller. Ja, ne. Und der Eike sowieso kostenfrei Fahrer. Ja... Einer fährt bei mir mit kostenfrei mit. Wegen einer Begleitperson, die fährt ja auch immer kostenfrei mit. Ja, und die anderen... Soweit wie ich gehört habe, der Einer... Der fährt wohl zum halben Preis oder so. Und... Ja, ja, mein Gott. Das ist der Urschal. Ja, ja. Ich glaube, trotzdem sind wir preiszweiter dran, als wenn wir alle mit drei Autos gefahren wären. Ich glaube... Ja... Der Zugfond kann lustig werden. Vor allem mit so einem Chaoten. So... Never let you fly a goat. Ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal ein Video mache. Ob ich mal die kaputte Fragen, die morgen kommt. Ähm... Jo... Ansonsten nächste Woche. Und Physiotherapie? So geil. Da könnt ihr euch auch auf die... Auf das nächste Video von der Physiotherapie freuen. Ja... Wer so bei Instagram ist, äh... Oder beziehungsweise, ähm... Ja... Es reicht ja auch, wenn meine Nichten das sehen, ja... Äh... Wie ist es trotzdem? Die ganze Familie. Ja... Ähm... Die wissen zur Zeit, was ich bei der Physiotherapie mache. Und es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Ja, kleine Evchen kann wieder lachen. Ja, das ist... Könnte ich vorher auch, aber... Ja... Ähm... Ich brauche immer was Neues. Äh... Nicht immer dieses Schema F. Äh... Äh... Ich brauche immer Abwechslung. Weil es... Wie jemand eine Physiotherapeutin schon sagt, ähm... Ich gewöhne mich zu schnell dran. Ich weiß dann, wie ich stehen muss. Wie ich mich bewegen muss. Und dann ist das schon... Sieht das schon wieder zu einfach aus. Obwohl manchmal ist es eben halt dann doch wieder schwer für mich. Weil es ist immer tagesformabhängig. Ähm... Naja... Heute mal das, morgen das. Und äh... Das... Das passt schon. Da kommt keine Langeweile auf. Das macht Spaß. So... Und das Konzert wird auch Spaß machen. Jo... So... Dann... Machen wir Schluss. Für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt... Ne. Bleibt mein Eheimnis. So. Ich drehe euch um. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Start in die neue Woche. Denn... Jo... Ich auch. Also ein Mann. Man. So. Tschüss. Super. Warum?